Das ist der Schnepfenlocker. Innerhalb der EU ist ja die Frühlingsjagd verboten, also fällt auch die Lockjagd flach. Aber im Herbst ist noch mal so ein Nachpalz und da kann man ihn verwenden. Das hört sich so an. Ein Klang so echt wie die Natur. Holz- und Platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung. 40 Jahre lang habe ich alle Lockerinstrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente. Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden brauchte. 60 Jahre Lockjagderfahrung in ihrer Tasche.